Hallo, ich grüße Sie. Niemand zweifelt mittlerweile ernsthaft an der vollständigen Durchdringung unseres Alltags mit digitalen Medien und Szenarien. Wir verbreiten Nachrichten wie hier bei der Papstwahl mit unseren mobilen digitalen Geräten. Wir recherchieren digital und wir informieren uns über unsere Smartphones oder Tablets. Nur die Lehre, die sieht noch so aus wie früher, wo schon damals ein Lehrer vorn stand und den mehr oder weniger aufmerksamen Lernern seine Inhalte dargeboten hat. Und heute? Nun, da sieht es vielfach noch genauso aus. Dass das nicht so bleiben kann, ist uns aber seit einigen Jahren klar geworden. Wie hier auf einer Podiumsdiskussion im Jahr 2013 in Berlin oder auch in Publikationen wie meiner eigenen aus dem Jahr 2014 wurde die Notwendigkeit zur Digitalisierung der Lehre angemahnt. Mittlerweile stehen viele der Inhalte, die heute immer noch klassisch vermittelt werden, online zur Verfügung. Bedenkt man, dass 2015 pro Minute durchschnittlich allein 400 Stunden Videomaterial auf YouTube hochgeladen wurden. Die Tendenz ist steigend. Dann darf angenommen werden, dass darunter auch akademisch verwertbares Material zu finden ist. Nimmt man die übrigen Web-Elemente, Texte, Grafiken, Simulationen etc. hinzu, dann muss man anerkennen, was wir seit 2012 immer wieder zitieren. The knowledge is on the web. Und ich möchte hinzufügen, and no longer just in the teacher's mind. Und diese Entwicklung, die hat fatale Auswirkungen auf die Lehre. Denn der so schöne Dreiklang, Forschen, Lehren und Prüfen wird zunehmend zu einem Zweiklang. Da sich viele Studierenden sagen, dass das, was ihnen frontal im Präsenzunterricht geboten wird, sie mittlerweile auch im Web in der einen oder anderen Form vorfinden. Und so ist ein Dilemma entstanden. Auf der einen Seite wollen und müssen wir die Studierenden in ihrem digitalen Alltag abholen. Und in der Tat, das machen ja auch einige von uns. Sie nutzen bzw. entwickeln digitale Elemente für ihre Lehre. Digitale Texte, digitale Skripte und Lehrvideos. Ja, viele zeichnen sogar ihre Lehrveranstaltungen auf. Das hört sich doch gut an, oder? Doch bekommen wir damit die Studierenden noch in den Hörsaal, wo wir doch eine gute Präsenzlehre durchführen wollen. Früher war das kein Problem, da bestand Präsenzpflicht. Doch die, die ist weitestgehend abgeschafft. In manchen Bundesländern sogar per Gesetz. Und so sagen sich die Studierenden, was soll ich in einer Präsenzveranstaltung, in der vom Lehrenden ohnehin nur das wiederholt wird, was digital bereits vorliegt oder hinterher bereitgestellt wird oder ohnehin vorhanden ist, zum Beispiel in Form eines digitalen Skripts, einer Vorlesungsaufzeichnung oder simpler Informationen aus dem Internet. Dann bleibe ich doch lieber zu Hause und bearbeite die vorliegenden Materialien von dort aus und informiere mich zusätzlich über das Web. Die Digitalisierung der Lehre, so möchte man meinen, macht den Hörsaal sukzessive obsolet. Die Studierenden bleiben, ich denke, zu Recht, zu Haus. Und was machen die Lehrenden? Anstatt über neue Präsenzkonzepte nachzudenken, bereiten sie Abwehrmaßnahmen vor. Vielleicht sollte ich besser sagen Lockmittel. Nur wenigen von uns ist es ja vergönnt, allein durch die persönliche Erscheinung und ihr großes Lehrtalent Studierende zu fesseln. Daher werden zum Teil absurde Maßnahmen ergriffen, um die Studierenden in die Hörsäle, ja ich muss sagen, zu locken. So wäre es am einfachsten schlicht, keine digitalen Materialien bereitzustellen. Eine andere weit verbreitete Maßnahme ist der Bezug zur Prüfung. Was ich euch am kommenden Mittwoch vortrage, ist prüfungsrelevant. Diese Aussage, so hoffen viele Lehrende, bringt alle in die Präsenzphase. Oder Lücken in digitalen Skripten oder noch drastischer Lösungen, die nur den Präsenzteilnehmern angeboten werden und die Abwesenden in Unkenntnis lässt. Auch das ist eine Maßnahme. Und populär sind schließlich auch Blockkursformate. Drei Samstage zu acht Stunden jeweils und die Lehrveranstaltung ist durch. Da wird ja wohl keiner fehlen, sagt man sich, denn ein Samstag ist ja schon ein Drittel der gesamten Lehrveranstaltung. Doch funktionieren all diese Maßnahmen überhaupt? Ich meine nur bedingt. Das schlichte Weglassen digitaler Elemente geht völlig an der Alltagswirklichkeit der Studierenden vorbei und ist nicht mehr zeitgemäß. Als Reaktion holen sich die Studierenden die Inhalte sowieso aus dem Web. Ja und das Lockmittel der Prüfungsrelevanz, das verpufft sehr schnell. Insbesondere, wenn man es zu oft einsetzt. Und Informationen, die nur in der Präsenzphase gegeben werden, die verbreiten sich rasend schnell in Dropboxen oder anderen Cloudspeichern. Ja und das Blockkursformat schließlich verkennt eines. Was ist denn mit der so wichtigen Inhaltsvertiefungsphase? Die ist innerhalb eines Blockes doch nur bedingt gegeben. Mit anderen Worten, die Lockmittel funktionieren eher schlecht. Daher müssen wir unsere Lehre nicht nur digitalisieren, sondern insbesondere die Präsenzphase so ausrichten, dass klar erkennbare Mehrwerte entstehen. Sonst bleiben oder werden die Hörsäle leer. Und welche Konsequenzen leere Hörsäle für die Hochschulen haben, das kann man sich leicht ausmalen, wie diese Umfrage hier unter den Teilnehmern und Teilnehmerinnen meiner Vorträge zeigt. Die Mehrheit derjenigen, die abgestimmt haben, ahnt, dass die deutschen Hochschulen, wenn sie nichts unternehmen, zu reinen Forschungs- und Prüfungsinstitutionen werden. Und was das für personelle und finanzielle Konsequenzen hätte, das dürfte jedem klar sein. Packen wir es also an. Digitalisieren wir unsere Lehre so, dass wir nicht nur der Alltagswirklichkeit unserer Studierenden gerecht werden, sondern dass daraus neue Lehrformate entstehen, mit denen wir klar erkennbare Mehrwerte erzielen, wie zum Beispiel eine höhere Individualisierung der Lehre, flexiblere Studiermöglichkeiten und eine größere inhaltliche Tiefe, um nur drei wichtige Mehrwerte zu nennen. Genau das ist für mich das oberste Ziel der Digitalisierung der Lehre. In weiteren Videos werde ich anhand der vollständigen Digitalisierung meiner Lehre zeigen, was es heißt, die Lehre zu digitalisieren, wie die genannten Mehrwerte erzielt werden können und welche neuen Lehrformate daraus entstehen. Bis dahin die besten Wünsche aus Marburg. Machen Sie es gut!